Guten Abend noch mal. Ich habe eben festgestellt, dass ich zum letzten Mal einen Prosa-Text im Juli 2021 vorgelesen habe. Darum wird das sehr spannend jetzt. Ich beginne mit den Hausaufgaben. Das eingeweihte Fachpublikum weiß, wir bekommen immer von unseren Zuschauern oder Gästen 5 bis 13 Wörter. Es sollten 5 sein, aus denen wir Texte machen müssen. Und heute ist es passiert, dass wahrscheinlich bei Christoph Teusel da ist, der zu den Schwabinger Schaumschlägern gehört, einer der berühmtesten Münchner Lesebühne, dass mir ein Text eingefallen ist, der ein Theaterstück zum Vorlesen ist, in der Tradition von Michi Seiler, der auch bei den Schaumschlägern ist. Der hat das Eigentumsrecht auf dieser Gattung von Texten. Er möge es mir verzeihen, aber es sagte schon Karl Theodor zu Guttenberg, die höchste Form der Wertschätzung ist das Plagiat. Deswegen ist er vielleicht schon gar nicht böse, der Michael, aber ist ja eh nicht da. Und ich habe mit Grauen festgestellt, ich hatte im Sommer drei Halsoperationen, dass ich Texte geschrieben habe mit verschiedenen Stimmen. Was blöd ist, wenn man eine Halsopie hat, also da müsst ihr jetzt mit mir durch. Die Wörter waren Almende-Dilemma, Wollsockenfusseln, Nasenhaar, Arznei und Alpaka-Salami. Ja, der Text heißt Der Einkauf, Wollsockenfusseln und andere Blähungen. Ein Theaterstück zum Vorlesen in der Tradition des Michi Seiler. Die Rollen sind Vater, Mutter und Sohn. Der Sohn ist zehn Jahre alt. Vater kommt mit einer schweren Einkaufstasche schnaufend und leicht wankend in die Küche, wo Mutter gerade etwas Butter in einer Pfanne erhitzt. Mutter, das wird auch Zeit. Hast du alles bekommen? Vater, Zeit wird es immer. Das geht gar nicht anders. Sonst würden ja alle Uhren stehen bleiben, wenn es keine Zeit mehr würde. Und bekommen habe ich nicht alles. Der Metzger hatte schon geschlossen. Da habe ich zu diesem neuen Stand am Vigualimarkt gehen müssen, der heute zur Eröffnung Sonderangebote hatte. Mutter, wieso hatte der Metzger schon geschlossen? Der Schlachtbichler hat doch bis 18 Uhr geöffnet. Die schnupperten Richtung des Vaters. Warst wieder im Wirtshaus? Vater, ja, also nein. Also nur. Ich musste dringend bieseln und da das Wirtshaus praktischerweise auf dem Weg zum Schlachtbichler liegt, nutzte diese geografisch perfekte Gelegenheit rein aus hygienischen Gründen, gerade in der Carola-Pandemie, und verwendete die vorbildlich gereinigten keramischen Einrichtungen des Wirtshauses. Mutter, und bist gleich zum Saufen da geblieben. Vater, es gebührt der Anstand von anständigen Menschen, wie ich einer bin, dass man, wenn man schon die, wie bereits erwähnt, vorbildlich hygienisch gesäuberten Bedürfnisseinrichtungen eines Gasthauses nutzt, man diesem auch einen Obolus durch eine kleine Konsumierung zukommen lässt. Mutter, was? Vater, was? Mutter, egal. Hast du wenigstens daran gedacht, deine Arznei abzuholen? Vater, ich bin pumperlgesund. Ich brauche keine Arznei. Mutter, aber Dr. Ribeseen hat dir doch diese Tabletten gegen deine Blähungen verschrieben. Vater, Blähungen sind etwas ganz Natürliches. Da braucht man keine Tabletten. Die müssen hinaus, sonst zerreißt es einem den Darm. Wie bei deiner Tante Edelgund, damals auf der Hochzeit deines Großonkels Horst, als sie seine Täter eine riesige Sauerei vorfanden, als sie die Tante am Kuchenbuffet abholten. Mutter, das war deine Tante. Und sie heißt Eulalie. Vater, und es war auch nicht die Hochzeit von Horst, sondern die Beerdigung deines Opars Karl Eugen. Und es hat ihr auch nicht den Darm zerrissen, sondern sie ist besoffen ins Grab gestürzt und hat sich dabei die Hüfte gebrochen. Vater, das kann nicht sein. Ich habe keine Tante namens Eulalie. Und ins Grab ist sie schon gar nicht gefallen. Zumindest nicht besoffen. Mutter, oh doch, und wie besoffen sie war. Sie hat nämlich vorher schon versucht, den Priester abzubussen und ihm unter die Toga zu greifen. Vater, das kann dann überhaupt nicht sein, denn unser Priester druckt schon immer Hosen. Und außerdem, seit wann hast du dein grünes Nasenhaar? Mutter, jetzt lenk nicht ab. Das sind keine Nasenhaare, sondern Wollsockenfusseln. Unser Wäschertrockner ist explodiert und hat die Fusseln im ganzen Haus verteilt. Vater, ja das wird ja immer schöner hier. Lässt man einmal zur Erledigung wichtiger Einkäufe aus dem Haus und dann explodiert der Wäschertrockner. Das hat er doch noch nie getan. Mutter, naja, der Bub hat doch noch nie versucht, seinen Computer mit ihm zu trocknen. Vater, er hat was? Mutter, ja, ihm ist das Bier umgefallen, das er laut eigener Aussage wegen eines Schulexperiments auf den Computer gestellt hatte. Und da waren aber die Socken schon im Trockner drin. Und Socken und Computer haben da wohl irgendwie miteinander reagiert, meint der Bub. Vater, ich reagiere auch gleich, aber bei dem Kochlöffel. Also, das ist doch die Höhe der Höhe. Fangen die in der Schule schon das Saufen an? Wo soll das denn? Wo ist der überhaupt? Mutter, wahrscheinlich zu seinem Zimmer und macht Hausaufgaben. Vater, um die Uhrzeit. Das werden wir ja sehen. Ruf ihn sofort her. Mutter, wieso soll ich ihn rufen? Du willst ihn doch sehen. Außerdem hört er eh nicht auf mich. Vater, das wird immer besser. Ruft, Sohn. Keine Antwort. Vater, ja, so ein Bengel aber auch. Mutter, vielleicht ist der ja konzentriert mit dem Hausaufgaben benedigen oder macht diese Summen. Ach nee, der Computer ist ja auch kaputt. Vater, Sohn. Du lass ihm auf. Ruhe. Vater, das ist doch. Sohn, komm sofort her. Sohn kommt lustlos hereingeschlurft. Er trägt eine pinkfarbene Schöppete-Ausschrift Fuck Capitalism. Vater zu Mutter, nun sag schon was. Mutter, wieso ich? Du willst doch was von ihm. Vater, ähm, äh, ja, also, Sohn, seit wann sprengt dein Computer mit Bier den Wäschertrockner in die Luft? Sohn, hä? Mutter, wie ist das? Vater, was denn? Ich versuche hier, eine erzieherische Maßnahme umzusetzen und brauche dazu die Aussage des Angeklagten. Sohn, hä? Vater, Sohn, hör zu. Er stützt sich am Küchentisch ab, wirft aber die Einkauftasche um und lasst sämtliche Einkäufe zu Boden purzeln. Mutter, wie ist das? Vater, zäh fix. Sohn, greift mal etwas. Was ist das denn? Liest vor. Alpaka-Salami. Mutter, yes, das! Vater, was anderes hatten die am Stand nicht mehr. Sohn, Umweltterroristen, Tiermörder, Fleischfaschisten, euch erkläre ich den Heiligen Krieg. Vater, jetzt reicht's mir aber. Was redet denn wieder für ein Zeug? Mutter, ja, vielleicht redet man nicht so in der Schule, nach all den Monaten alleine. Warte, dem zeige ich gleich, wie man heute redet. Er greift nach der Alpaka-Salami, rutscht dabei auf einem Haufen Wollsockenfusseln aus, will sich am Ofen festhalten, greift dabei an die Pfanne mit der heißen Butter, schleudert diese mit einem Schmerzen, schreibt zur Seite und fällt jemanden zu Boden. Die Pfanne durchschlägt das Küchenfenster, das heiße Fett entzündet die Vorhänge. Von draußen, der tönt ein lauter Schrei. Mutter will zum Waschbecken, stürzt dabei über den sich am Boden wälzenden Vater, hält sich am Griff der Kühlschranktür fest, diese öffnet sich und gibt samt Kühlschrank auf Vater und Mutter. Stille. Vater schiebt seine verbrannte Hand ins auf ihm zum Liegen gekommene Gefrierfach. Sohn schaut das ganze Szenario kopfschüttend an, greift sich eine am Boden liegende Bierflasche, öffnet sie mit den Zähnen und verlässt leise, allmende Dilemma murmelnd, die Küche. Vielen Dank. Kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe mich einem Hausaufgabenwort etwas intensiver gewidmet, weil ich das so schön fand und habe mich da auch wieder mal orientiert an einer anderen Schriftsteller-Persönlichkeit, einer großen Poetin, nämlich Maike Harms, die auch schon mal ein Gedicht über Wollsocken geschrieben hat. Und deswegen habe ich ein kurzes Gedicht geschrieben, bevor ich zu einem weiteren kurzen Text komme und einem kürzeren Text in einem ganz kurzen. Die Wollsockenfusseln Es waren einmal Wollsockenfusseln, die wollten gern toll Nocken busseln. Der sich dann zwar von Socken aus Wolle, doch fanden sie alle Nocken ganz tolle. Ob Topfen, Grieß oder Käse, Nocken, die rissen sie echt von den Socken. Und zwar im Wortsinn ganz famos rissen sich die Fusseln von den Socken los und flauschten, flusten auf der Suche nach leckeren Nocken durch die Stube. Doch ach, war die Stube nockenleer, das betrübte die Fusseln von den Socken sehr. Sie träumten, dass die Glocken rocken bei einer Love Story. Nocken, Socken. Wo nocken unsere Fusseln büsseln. Also Maika hat schon mal in einem ähnlichen Zusammenhang gesagt, bei Liebesgesicht muss etwas französischer Dialekt rein. Ich bin zwar gebürtiger Saarländer und grenze zu Frankreich, aber der französische Dialekt, den von Maika, auch wenn sie hüstet, der ist besser. Deswegen nochmal. Wo nocken unsere Fusseln büsseln. In sich von Nock bis zu den Füßen küssen. Das reicht schon mit dem Dialekt. Doch blieb das nur ein Traum der Fusseln, denn wie gesagt, gab's in dem Raum keine Nock zum Busseln. Doch dann, die Fusseln wurden fast schon zu Dusseln, betrat den Raum ein kleiner Schussel und öffnete versehentlich die Fenster eins, zwei, drei und ließ somit die Fusseln frei. So flogen jubeln unsere Wollsocken, Fusseln, raus in die Welt auf der Suche nach Nocken zum Busseln. Und waren sie erfolgreich, wollt ihr jetzt wissen? Nun, ihr merkt es dann beim nächsten Bissen, denn ihr von leckeren Nocken nehmt, wenn es fasslos, fusselig zwischen euren Zähnen klebt, dann stört ihr gerade beim tollen Nockenbusseln ein paar der süßen Wollsockenfusseln. Dankeschön. Ja, und es waren ja vor kurzen Wahlen mit Folgen, und ich schreibe ja gerne Haushaltsgeräte-Gedichte, die die Politik erklären, also Beispiel der Thermomix. Es war einmal ein Thermomix, der war gedanklich nicht so fix. Beim Kochen hat er stets versagt, aufs Arbeitsamt war arg verzagt und als wirklich gar nichts mehr geht. Weil er für jeden Job zu blöd, gab es doch die Lösung und jetzt ist er britischer Premierminister. Also so geht das dann. Und da gibt es einen anderen, der heißt, der Akkuschrauber, den muss ich heute tatsächlich umschreiben, aus aktuellem Anlass. Der Akkuschrauber. Es war einmal ein Akkuschrauber, der war im Kopf nicht wirklich sauber. Schon in der Akkuschrauber-Kita verschraubte er sich immer wieder. In der Schule versuchte er dann das Löten, auch dafür war er viel zu blöde. Keine Ausbildung hat er geschafft, im Leben auch gar nichts gerafft. Seine Schrauberfamilie war verzweifelt. Wohin mit ihm denn nichts begreifelt? Doch kurz bevor der Akku leer, fand man den Job, der nicht so schwer. Der wurde vorher schon belegt, von allerlei unfähigem Gerät. Und tja, jetzt ist er noch, seine Eltern freuen sich sehr, unser scheidender Minister für Verkehr. Und jetzt liegt er nach der Wahl bald wieder nutzlos im Regal. Dankeschön. Also frei nach dem Motto, ist es mies und viel zu teuer, ist ein Projekt von Andi Scheuer. Und zum Schluss von dieser bescheuerten Trilogie. Man muss ja auch ein bisschen Werbung machen für mein neuestes Werk. Mit einem wunderbaren Cover, allein das Cover lohnt, dieses Buch zu kaufen. Unter Titel Menschen und andere Störungen. Noch, bevor ich an den nächsten Gast weitergebe, noch ein Text zum bekannten Menschen. Zehn vernünftige Vorschläge von Verkehrsminister Scheuer. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.